Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Sengoku Dynasty Update Video. Das Update 0.1.3.0 wurde vor kurzem released und es gibt drei essentielle Update Features, die das Spiel ungemein verbessern. Diese zeige ich euch jetzt. Das erste Feature, was ich euch zeigen werde, ist die Schnellreise. Diese funktioniert nun endlich über die Dorfglocken. Das heißt, ihr könnt sogar in die NPC-Dörfer reisen, die ihr erkundet habt. Das Ganze geht wie folgt. Ihr haltet einfach an der Dorfglocke F gedrückt und nun erscheint das Schnellreise-Menü. Und ihr könnt zum einen in eure eigenen erstellten Dörfer reisen und in die NPC-Dörfer, also Segi und Iwasaki bis jetzt. Das Ganze kostet zwar 10 Coins, aber ich denke mal, im späteren Spiel wird man genug Geld haben, um das gut nutzen zu können. Genau, in diesem Fall reisen wir jetzt einfach mal nach Segi. Dazu drücken wir einfach E. Und schon sind wir da. Also ohne Ladescreen, einfach instant sind wir da. Das ist wirklich gut. Und, äh, ja, genau. Dementsprechend jetzt zum nächsten Feature. Auf der Karte M gibt es jetzt zwei coole Features. Zum einen, oder sogar drei. Zum einen, ihr könnt jetzt rein- und rauszoomen. Ihr könnt die Karte, ja, bewegen, sag ich mal. Und was meiner Meinung nach auch neu dazugekommen ist, was ich vorher noch nicht gesehen habe, Jagdgebiete für bestimmte Tiere. Zum Beispiel hier für den Hirsch. Da sehen wir, das ist hier unten ein Jagdgebiet. Genau. Zum anderen, was ich auch noch sehr, sehr cool finde, ist, wenn ihr, wie ich zum Beispiel am Anfang Struggle hattet, ihr wusstet, ihr braucht Bambus und ihr wart euch nicht mehr sicher, wo es genau Bambus gibt. Da kann ich euch einen Tipp geben. In Iwasaki, der Eisenstadt, ist hier eingezeichnet außenrum. Das hier soll, glaube ich, Bambus darstellen. Und meiner Meinung nach ist das auch das Bambus. Weil ich weiß, in Iwasaki gibt es sehr viel Bambus, was man da abholzen kann. Und zum anderen, wenn ihr hier vorne anfangt und euer Dorf hier vorne irgendwo beim Startgebiet aufgebaut habt, ist hier vorne, wo die Dame mit dem Häuschen hier ist, ist ja auch das erste große Bauprojekt, was ihr starten könnt. Die Brücke. Und wenn ihr vor der Brücke links geht, dann geht hier ein Bach entlang. Und an diesem Bach hier, da wächst auch immer Bambus. Da könnt ihr zum Beispiel mit der rechten Maustaste jetzt einfach klicken und schon habt ihr eine Wegmarkierung. Die seht ihr auch auf dem Hut hier oben. Das sind auch 888 Meter. Aber, was wirklich noch cooler ist, ihr könnt bis zu 8 Markierungen setzen. So, wir gehen nochmal kurz hier hoch. Bis zu 8 Markierungen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, äh, ja genau, 6 Markierungen könnt ihr setzen. Die sind alle farblich unterschiedlich gekennzeichnet. Und die könnt ihr zwar noch nicht benennen, das wird vielleicht später hinzugefügt, aber ihr könnt diese auch wieder mit Rechtsklick entfernen. Also, wenn ihr irgendwelche schönen Orte gesehen habt, wo ihr später mal hin wollt oder ihr wisst, ja okay, hier habe ich öfters mal einen Pendler gesehen oder sonst irgendwas oder Pilze oder sowas, die ihr unbedingt haben wollt. Und ihr wisst, die wachsen da. Dann könnt ihr euch einfach diese Markierung setzen und schon wisst ihr, wo ihr die zu finden habt. Und das letzte wirklich gute Feature für mich, zum Beispiel als Content Creator ist, im Singleplayer könnt ihr jetzt mit Escape das Spiel pausieren. Also, das Spiel pausiert wirklich. Das war für mich immer essentiell wichtig, da ich immer zwischen den Aufnahmen kurz mal auf Toilette gegangen bin, was zu trinken geholt habe, kurz mal was gesnackt habe. Und da ist immer die Zeit fortgeschritten und dann irgendwann, wenn ich wieder weiter aufnehmen wollte, war auf einmal Nacht. Genau. Ja, und was ihr auch gerade noch seht, ist wirklich, also dass diese Jagdgebiete hinzugefügt worden sind, das seht ihr auch auf dem Hut. Das war vorher nicht so. Genau. Das und viele weitere kleine Bugfixes und Implementierungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es die ganze Patchnote von den Entwicklern, was mit dem Update hinzugekommen ist. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen, um weiterhin keine Update-Videos zu verpassen oder weitere Let's Play-Folgen von Sengoku Dynasty. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!